Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge live in The Wurz, hier in der alten Mühle, die wir noch nicht markiert haben übrigens. Die alte Mühle ist übrigens alt und mühlich. Hat aber keine Plünderung. Wow, dunkle Holztreppe, oh geil. Okay. Hallo, ich will nicht den ganzen Baum hier we- wegruppen. Gib mir ein Zeppling. Gib mir verdammt nochmal ein Zeppling. Haben wir schon einen? Nein. Da. Ein Zeppling. Ich glaube, der reicht auch. Boah, Ruckel. Wauw. Tut mir leid, aber ich will, ich will ein Zeppling haben. Da. Was? Hm. Gesundheit. Das ist ein Zeppling. Das ist ein Zeppling. Das ist ein Zeppling. Da. Au. Dann packen wir mal das, 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 und das packen wir auch mal ran. Nur dann, weiter geht's. In welche Richtung? Ist eigentlich scheißegal. Wir gehen mal da längs. Was ist das? What? Zur verdammten Hölle nochmal. Ach, das sind wieder... Ach, das sind... Berge. Oh nein. Das Zeichen. Wir werden sterben. Konko ist auch schon mal bei so einem Zeichen gestorben. Wow. Wir gehen in die Richtung. Entschuldigung. Wow. 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 Manngruben. Ich... Ich weiß, wir haben bestimmt welche, aber... Ich nehme mal vorsichtshalber eine, Manngruben wird. Schaden kann's ja nicht. Schaden kann's ja nicht. Die ganze Zeit war mal in der Sorge, oh Gott, du hast keine Erde mitgebracht. Du hast ja nicht vergessen, Erde mitzunehmen. Zum Glück nicht. Das wollte ich nur haben. Verdammt. Verdammt. Ich hab die alte Mühle nicht markiert. Ich mach mal da... eine Mark... eine Mark ein. Fertig. Ich würd gern da hinten hin. Alles, was ich... ... ... ... ... ... ... Ich will auch ein bisschen verschiedene Bambus-Saufen mehr mitnehmen, mitbringen. Deswegen kommt es gerade ganz gut, dass wir hier Bambus haben. Wir haben hier sogar große Fahne, das ist gut. Riesenbambus haben wir aber schon. Eigentlich... Ach, wir haben ja schon Fahne. Stimmt, ja, ich auch, wir können Jute und sowas sammeln. Da, Bambus. Blumen könnte ich eigentlich auch mal sammeln. Ach, egal. Machen wir an der speziellen Blumenreise. Ich will jetzt eigentlich nur hauptsächlich... Boah, Alter. Da. Riesenbambus. Da hinten ist nochmal Bambus. Da. 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 Bambus. Böder Schildkröte. Warte mal kurz. Äh, warte, warte, warte. Oh. Okay. Incomplete. Hm. Alter. Endless Legend. Natürlich. Oh Gott. Ich lass das lieber. Was haben wir denn hier gefunden? dann nehme ich mal drei eimer mit wow das ist ein vulkan ja auch bäume können schwimmt bei ihm vom lauf kann er nicht okay okay ja 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 na schmerzlich geht es da weiter ich glaube nicht doch doch ja ja geil da wächst Weizengras auf dem Baum coole Hütte aus Zettrom cool echt cool ach das sollte über ähm bestimmt über so'n das gehört noch zum Eisbiom ah ja 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 das soll das sollte eigentlich im Wasser hängen da war doch mal was anderes doch bestimmt diese Fischfeile Fischfeilenköder ja 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 Was war das? Preisebären. Winterkürbis. Traubenbrokkoli. Steckrübel. Hast du die Naken? Hast du die Naken nehm ich immer mit? Aber ich weiß nicht, ob wir die haben. Nee, Kartoffeln haben wir auch nicht. Moin. Ja. Moin. Da ist eh nichts zu finden. Hier haben wir ein verschüttetes Haus. Gesundheit. Hey, ich hab dir geholfen. Was gibst du mir? Oh. Nice. Alter, jetzt passen die hier alle. Noch so ein verschüttetes Haus. Jetzt... Woah, Hilfe. Ich will hier hoch. Hä... Hm. 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 Hm? Hm. Oh. Was ist das? Alter, ist das ne... Ist das ne Schmelze? Die haben hier zwei Kirchen. Was ist? Kommst du nicht raus? Das ist dein Pech. Ich helfe dir nicht. Oh. Entschuldigung. Frau Kartoffel. Hier, kriegst du wieder. Deine Kartoffel. Achso. Entschuldigung. Boom. Aaaaaah. Nein. Nein. Ich habe ein kleines Problem. Ihr seht ja, die Biome erstellen sich gerade ziemlich lahmarschig. Hm. Sind wir denn schon ein ordentliches Stück gelaufen? Oh Gott. Alter, sind wir schon weit gewandert. Das ist nice. So. Ich würde aber sagen... Ähm. Äh. 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 Einmal kurz schlafen. Und dann... Äh. Mach ich mal... Äh. Lass... Mach ich die Folge mal ein bisschen kürzer. Macht ja auch nichts. In der nächsten Folge geht es dann weiter Richtung... Horizont. Naja. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Tschüss.